Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fallout Shelter. Ich bin Marv und wir betreten wieder Vault 584. Ich habe schon ein Weichen nicht mehr gespielt, muss ich dazu sagen. Zwei Tage jetzt, ein Tag, ein Tag nicht. Und meine Vault-Bewohner, denen geht es bestimmt nicht besonders gut. Schauen wir mal, ob wir irgendwie sie noch retten können und am Leben erhalten können. Oh, geht alles. Ich dachte, das wäre schlimmer. So, Red Command und Sergeant Wolfie hatten mal mein Baby. Es gab übrigens den Einwand von euch in den Kommentaren, Sergeant Wolfie und Rockabella können kein Baby bekommen, weil sie verwandt sind. Das ist natürlich ganz blöd. Also, da hätte ich es mir sparen können, quasi zu versuchen, die Leute hier irgendwie zu verkuppeln. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt allen Leuten quasi hier besondere Namen gebe. So, auf der Liste stehen 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Wir fangen mit dem ersten an. Das ist der gute Simse. Simse, aber er möchte gerne, dass wir ihn ab sofort nicht DJ Wolfie nennen. Das wäre auch witzig. DJ Shit. Das ist ein toller Name. Shit. So, Tag 4, 140. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe gedacht, ich komme jetzt zurück hier und völliges Chaos. Meine ganze Vault geht den Bach runter und meine Leute sind verstrahlt und unglücklich und so. Das ist überhaupt kein Problem hier. Oh, noch ein Baby. Von Rockabella und Mr. Jeff. Glücklicherweise wieder ein Mann, damit wir unsere ganzen Namen hier unterbringen können. Als nächstes ist Kjell dran. Kjell und der Nachname soll bitte sein Merenz. So, wunderbar. Neuen Raum entriegelt. Wo sind die Kinder? Da. Warte, das dritte? Kommt noch eins? Warum kommen drei? Nee. Noch eins kommt nicht. Und hier kommt noch ein weiterer Vault-Bewohner. Louis Foster. Mann. Der sieht ja motiviert aus. Apropos Vault-Bewohner. Wie geht es denn unserem... Oh nein. Jack the Ripper ist tot. Was hat den denn getötet? Vier Stunden ist er weg. Wir müssen ihn erstmal reanimieren. Das ist ganz wichtig. Schaut euch mal an, was der alles dabei hat. Militärkleidung. Luftgewehr? Null bis zwei Schaden. Also entweder macht es gar keinen Schaden oder es macht zwei Treffer. Hm. So, du kannst zurückkommen. Schön, dass du lebst. Jack Ripper. Unterwegs gewesen. Er ist quasi schon gleich Level zwei. Ah, sieht schon nicht schlecht aus. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall ein Luftgewehr. Dann haben wir ein verbessertes Repetiergewehr. Eine Militärkleidung. Und eine Kampfrüstung. Die ist besonders gut für die nächsten Leute, die jetzt quasi ins Ödland gehen. Aber wie viel lange braucht er jetzt zurück? Zwei Stunden, 14 Minuten. Oh Mann. Schauen wir mal, ob der überhaupt bis zur nächsten Folge da ist. Jetzt in Lunchboxen. Ein neuer legendärer Bewohner. Preston Garvey aus Fallout 4. Mit der Lasermuskete. Nice. Apropos Lunchboxen. Ich hab doch eine. Dann schauen wir doch mal, ob wir ihn dabei haben. Uuuup. Und? Oh Leute, es ist spannend. In der letzten Folge eine schöne Lunchbox bekommen. Und jetzt geht's hier wieder los an Karten entdecken. Und hinter der ersten Karte versteckt sich. Grundgucke. Wow. Druck, Luft, Flammenwerfer. 15 bis 19 Schaden. Das ist ja ein geiles Ding. Wow. So, letzte Karte, Leute. Oh, jetzt geht's los. Ich weiß gar nicht, ob ich draufdrücken soll. Drückt uns die Daumen. Es ist. Ein Steam Pack. Es war nicht die letzte Karte. Jetzt aber. Yay. Zachary Jackson. Geil. Mit den Spock-Ohren, ey. Sieht aus wie Zachary. Heißt der Quinten? 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 Der Typ, der Spock gespielt hat im neuen Star Trek Film. Alter, was hat denn der für Werte? Das ist ja ein Tier. Boah. Unglaublich. So, jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich alle Leute hier irgendwo unterbringe. Gar nicht genug, gar nicht genug Platz. So, der ist Stufe 9. Was hat denn der an? Achso, ich kann es noch nicht sehen. Also, er ist besonders stark. Als besonders starker kann ich ihn in einem Stromlabor einsetzen. Das würde sehr viel bringen. Da kann ich dann da einen rausnehmen, der nicht so wirklich stark ist. So, schauen wir mal hier rein. Du bist special. Du bist noch mehr special. Wie weiß, du bist oberspecial. Und du hast überhaupt keine Ahnung. Red Command. Ab in die Küche. Oh, minus 1. Dann gehen wir in die Baracke. Also, ich finde schon eine andere Möglichkeit hier, Red Command gut einzusetzen. Raum entriegelt. 26 Bewohner. So, wo kommst denn du hin? Du könntest besonders gut in der Küche arbeiten, Louis. Aber bevor Louis in die Küche geht, soll er erstmal Red Command kennenlernen. Die beiden werden sich bestimmt sehr sympathisch sein. Ich meine, er hat diese unglaublich attraktiven Ohren. Und sie hat gerade etwas Zeit. Achso, ich habe den falschen gesehen. Er hat eine heiße Frisur auf jeden Fall. So eine tolle. Und schon haben sie sich kennengelernt. Oh, du bist die hübscheste Person, die ich kenne. Ich muss das höher sprechen. Du bist die hübscheste Person, die ich kenne. Baby, das kann ich auch zu dir sagen. Wirklich? Ja, Baby. Du bist auch die hübscheste. Wollen wir vielleicht tanzen? Tanzen? Ja, tanzen, Baby. Ich kann mich so im Kreis drehen so ein bisschen. Und dann so mit dem Hintern wackeln. Ja, mit dem Hintern. Wie wäre es, wenn du mal mit dem Hintern wackelst? Mit meinem Hintern? Ja, mit deinem Hintern. Aber ohne dich wäre ich einsam. Ja, ich auch. Oh, Mann. Diese tiefgründigen Gespräche. So, also. Ich brauche... Was habe ich denn? Wo habe ich denn? Wie habe ich denn? Was brauche ich denn? Einen Raum. Nein. Einen Raum, den ich bauen kann. Ich habe ja nämlich was freigeschaltet. Denn wir haben... Oh, sogar zwei. Trainingsraum und Sportraum. Sehr cool. Beweglichkeit verbessern. Beweglichkeit verbessern oder Stärke. Nehmen wir gleich mal beides, ne? Zack, zack. So, Beweglichkeit oder Stärke. Dann tue ich den da hin. Den einen Sportraum. Dann baue ich hier oben noch einen zweiten. Ne, warte. Was ist denn das jetzt? Ist das Sportraum oder der Trainingsraum? Trainingsraum. Ja, siehst du ja gut, dass ich nachgeguckt habe. Und jetzt hier... Dann brauche ich noch so ein anderes Ding. Eigentlich müsste ich jetzt hier nämlich noch eine weitere Krankenstation bauen, weil ich brauche immer Steampacks. Immer. Immer. Das reicht gerade so. Wenn ich jetzt noch die Krankenstation da hinsetze. So. Und dann... In den Sportraum. Läuft's. Habe ich bald ein kleines Energieproblem. Aber... Das kriege ich, glaube ich, früher oder später auch wieder in den Griff. Heißt für uns aber, wir brauchen wieder mehr Vault-Bewohner, weil wir jetzt halt schon so viele... weitere Räume haben, die bedient werden müssen. Und was ist, wenn jetzt ein... Oh mein Gott! Feuerlob! Feuerlob! Schnell! Feuerlöscher! Oh Gott, wo brennt es? Nein, es sind Red-Kakerlaken. Hier. Lauren. Lauren. Hier, nimm den Pflanzenwerfer. Ja, Lauren grillt die Kakerlaken. Heute Abend gibt's Fleisch, Leute. Fleisch auf dem Plan. Lauren! Lauf die Kakerlaken nach! Nicht das Sofa anzünden! Warum auch immer das jetzt geklappt hat, Lauren. Ich hoffe, du reparierst das Sofa. So, dann nehmen wir dir hier das Ding mal wieder weg. Sehr gut. Ja, danke. Schön, dass dir das gefällt. Als Katze würde ich alleine sieben Leben mit dir verbringen. Und als Mensch steige ich mit dir in die Kiste. Also, das vertone ich jetzt nicht, wie die beiden da jetzt zu Gange sind. Das könnt ihr jetzt gerne so live vor dem Bildschirm machen. Und quasi nachträglich die beiden da oben hier beim glücklichen Abenteuer. Ne? Also, ihnen helfen. So, Louis. Louis, Louis. Und wen haben wir hier? Lisa Newman. Kann ich eine Schwangere in den Wachdienst beordern? Weil, ich würde jetzt gerne nämlich der Louis. Nein, Louis, du musst da bleiben. Okay, die Schwangere kriege ich da gar nicht weg. Dann kommst du nach unten. Hier, da hin. Und du auch. Du kannst nämlich gleich die nächste gute Frau kennenlernen hier in meiner Vault. So, unsere schwangere Frau darf nicht in den Wachdienst. Klar, verstehe ich ja auch. So, Wolfi. Ich würde sagen, das ist dein Einsatz. Was kriegst du denn du? Kriegst du den Flammenwerfer? Ja, Wolfi mit Flammenwerfer. Das wird total gut. Da bin ich mir sicher. Der ist doch total vertrauenserweckend, der Wolfi. Kommt da vorbei, ja, und grillt einfach mal ein paar Leute. So, was könnte ich noch machen? Trainiere deine Bewohner, um ihre Special-Statistik zu erhöhen. Special ist für Strom, ne? Ja, Special ist für Strom. Bei Strom kann ich eigentlich keinen abziehen, weil ich jemanden brauche, der das irgendwie ersetzt. Von der Wasserversorgung kann ich eigentlich keinen abziehen kann. Das ist eigentlich kein Problem. Special, Special. Mr. Jeff. Mr. Jeff ist sehr gut überall einsetzbar. Von daher werden wir ihn jetzt unten in den Sportraum schicken. Und hier, an der Ecke, können wir die Ausdauer erhöhen. Können wir mal einen unserer Küchenfeen hinschicken. Wollen wir mal gucken. Wer hat denn ganz besonders wenig Ausdauer? Nicht so besonders gut drauf. Also so richtig wenig, meine ich. Grace. Oh, die geht richtig ab. Ashley. Ashley schmeißt den Laden hier, Leute. Also wir haben Grace mit ganz wenig. Achso, weil man kann sogar sehen. Hier, Grace mit... Warum ist denn jetzt A-Beweglichkeit? Achso, doch, ist ja richtig. Völlig richtig. Mann, pass mal auf hier. Was ist denn das? Also, Grace hat zwei. Du hast auch zwei. Ich glaube, die haben alle zwei. Du hast auch zwei. Und du hast sogar drei. So, dann würde ich sagen, da unsere gute Laura, Lauren, hier das Sofa gegrillt hat, soll sie jetzt erstmal zur professionellen Küchenfee heranwachsen. Kann ja nicht sein, dass sie jetzt hier so unterirdische Leistung bringt. Und ein Tempormodus. Schauen wir mal, was passiert. Erfolg. Erfolg. Sehr gut. Hier ist doppelte Annahrung. Jetzt sind die Leute glücklich. Und wieder Kronkorken. Immer her damit, Leute. Immer her damit. Oh, wow. Ich habe zwei... Zwei Volt-Missionen. Lass einen Bewohner des Ödland zehn Stunden lang erkunden. Zehn Stunden? Einen? Achso. Nee. Hä? Oder zehn? Nee, einen. Ist schon richtig. Füge fünf Raumpaare zusammen. Oh shit. Hab zwei schwangere Bewohnerinnen. Ja, daran arbeite ich. Aber fünf Raumpaare zusammenfügen? Wir haben einen. Das war der hier. Boah, hier Sit-Ups, Baby. Ich hoffe, alle sind so glücklich wie ich. Man, Sit-Ups sind so toll. Da kriegt man so Bauchmuskeln und so. Es ist total schön, hier immer so das Gleiche zu machen. Super. Also das nenne ich Motivation, Leute. Motivation. Darauf kommt es an. Und hier, der Jeff. Ja. Du sollst Stärke machen, ja. Wieder ein wunderbarer Tag in der Vault. Und Jeff rudert. Schau dir das mal an. Der rudert. Hau ruck. Hau ruck. Hau ruck. Das funktioniert. Aber mit dem, äh, mit dem, äh, Bierbauch dauert das leider noch ein bisschen. Bier formte diesen wunderschönen Körper. So, was kann ich denn jetzt noch machen? Mann, hier unser Special-Typ, ey. Zachary Jackson. Der muss sich auch unbedingt fortpflanzen. Aber mit wem? Mit wem? Was mit dir? Gloria. Gloria und Zachary. Aber dann habe ich weniger Strom. Aber ich brauche Nachwuchs. Gloria, Zachary, einmal in die Baracken, bitte. In die Durchsage für zwei Bewohner der Vault. Frau Gloria und der Mann mit den schönsten langen Ohren bitte in Baracke 2 einfinden. Dankeschön. Oh, ich verbringe unheimlich gern Zeit mit dir. Mit unser neuer Louis. Der geht aber jetzt ran hier. Na, wir wollen da auch nicht zuschauen. Das muss nicht sein. So, hier, bevor dir langweilig ist, kannst du hier ein bisschen arbeiten, Mädchen. Es muss nicht sein, dass du nichts tust. Und hier immer noch irgendwie am Sit-Ups machen. Yeah, zwei aber schwangere Bewohner. Cool. So, dann kannst du einfach mal hier reingehen. Ob das so viel bringt. Du bist besonders gut in der Wasserverarbeitung. Und dann musst du in die Wasserverarbeitung. Und du gehst dann mal dahin, weil du bist auf jeden Fall special. Ja. Stärke 2, das funktioniert. Stell dich genau, am besten genau hinter den Generator. Genau, Lisa. Der beste Platz im ganzen Raum. Direkt hinter der Strahlungsquelle. Ich meine, es gibt doch nichts Besseres. Da kriegt das Kind dann drei Arme und vier Augen. Aber egal. Ja. Drei Arme sind besser als zwei, weil die können dann mehr arbeiten. Oh, yeah. Red Kakerlaken-Alarm. Alarm, Alarm, Alarm. Alarm, schießt. Wo ist der Sicherheitschef, wenn man ihn mal braucht? Sergeant Wolfie. Sträflich ihre Aufgabe vernachlässigt hier. Unmöglich. Ja. Das kannst du wieder oben arbeiten gehen. So bringt das nämlich nichts. So, Leute, aber wir sind am Ende der Folge angelangt. Hier läuft alles ganz gut soweit. Und in der nächsten Folge sehen wir wahrscheinlich, wie die beiden hier sich näher kommen. Der Mann mit den schönsten Ohren und Gloria. Also, bis zum nächsten Mal. Servus, euer Marv. 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 Servus, euer Marv.